Ausverkauft, ausverkauft, alles ist ausverkauft. Das sagen Sie mir nun seit 14 Tagen, Frau Stoffregen. Bei jedem Land, bei jedem Vorschlag. Was ist denn nicht ausverkauft? Ist überhaupt irgendetwas noch nicht ausverkauft? Wir kommen ja eigentlich von Ibiza nach Formentor. Mit irgendeinem Schiff. Keine Angst, das schaffen wir schon. Übrigens heißt das nicht Formentera? Wecker, vale, 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 vale. Sei ganz ruhig, fahr ganz ruhig und konzentrier dich bitte. Nicht aufregen, ganz ruhig. Sei aber ruhig, verdammt! So. Du scheiße! Das hab ich gewusst! Kaputt. Ich war vor 3 Wochen beim TÜV. Kann sein. Formentera viel Polvo. Stopp! Hallo! Aufstehen! Die Sonne scheint! Was wollen Sie? Sie besuchen! Ich bin Ihre Reisebetreuerin! Eine Ruhe! Mitten im Ort! Wunderbar! Als ob Sonntag wäre! Und was ist wirklich? Mittag, oder? Dann sind Sie am Mittwoch die Geschäfte geschlossen. Was? Was ist los? Er hat recht. Hier ist alles zu. Santa Maria. Was sagte? Ich weiß nicht genau. Ich glaube es ist Feiertag. Irgendwas mit Maria. Muchas gracias! Nein! Que nozal! La cuenta, por favor! Lo siento mucho, pero cheques como estos no admitimos aquí. Aquí solo vale el pago al contado. Comprende? Du Gondola! Ja? Kannst du mal kommen? Was ist? Wir haben kein Wasser! Was ist los? Nichts! Kein einziger Tropfen! Guck mal Stefan! Dreck! Oh! Plastiktüten, oder? Das ist offenbar eine nahegelegene Baustelle, auf der morgens um acht die Arbeit beginnt. Das geht nicht. Das ist Vertragsbruch! Na, Fahrräder ohne Rücktritt. Was ist denn? Wir müssen nehmen, mein Hund. Na, ein bisschen schwierig. Was ist denn? Dein Müll stinkt zum Mörderischen dieser Hitz. Ich halte es hinter dir wirklich nicht aus. Hilfe! Schnell! Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Was ist denn? Was hast du? Meine Eindex sind direkt auf der Haut! Du bist schon ganz schön braun. Toll! Dafür gibt's in Hamburg an jeder Ecke ein Solarium. Wir sollen aber sehr ungesund sein. In der Sonne liegen ist auch sehr ungesund. Was ist denn hier los? Ich habe keine Lust, im Tiefschlaf überfallen zu werden. Wir brauchen die Feuerwehr! Ruf doch mal die Feuerwehr!